Ah, mein Lieber! Roomtour-Dreh, oder? Perfekt! Okay, was geht? Willkommen in unserer neuen Halle. Willkommen in der Halle, weil uns ist nichts Besseres eingefallen. Holy shit, man! Ihr seht, wie viel Platz wir haben. Wir haben es vorgestern schon im Recap-Video angekündigt. Es ist crazy. Es ist riesig. Wir haben einen tonnenschweren Baukran aus dem 18. Jahrhundert, mit dem man sogar deine Mutter extrem will. Ich würde sagen, wir machen jetzt einfach mal auf und zeigen, was hier abgeht. Bevor das aber passiert... Stopp, Moment! Bevor das passiert, bei Marius gibt es den zweiten Teil zu sehen oder den ersten Teil. Wir gehen nämlich nur in die Räume von uns und die Gemeinschaftsräume. Akani? Kannst du mir einfach mal bitte einmal... Ich werf's jetzt weg und du holst dir nicht. Der ist so schlecht erzogen. Das ist alles deine Schuld, Tobi, wirklich. Scheiß drauf, Vorhang auf, let's go! Holy fucking shit, man! Holy shit! Okay, der Vorhang hängt noch ein bisschen. Ich meine, der Vorhang, das ist... Ne, jetzt reicht's wirklich. Ich würde sagen, wir gehen mal ganz los durch. Es ist einfach nur crazy, Mann. Wir haben hier 500... Marius sagt 500, ich sag 600. Wer eines sagt 550. 550 Quadratmeter nur für uns. Und wir haben auch schon den Umzug gemacht. Das seht ihr morgen alles im Vlog. Crazy, 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 crazy... Ähm... Schreibt uns gerne mal in die Kommentare, was ihr hier so alles sehen wollt, was wir alles umsetzen können, was wir alles machen können. Das schlechteste Kommentar werden wir rauspicken und die Person wird lebenslang auf einem YouTube-Kanal gesperrt. Mega, mega geil! Äh, hier unten ist unsere Community Area quasi. Das hier, was ihr hier alles seht, diese komischen alten Bürodinger hier, diese ganzen USB-Platten, glaube ich, werden wir abschneiden, bodentief machen. Das Ding ist, hier drunter ist eine Fußbodenheizung, die wir halten hier. Hier kommt ein riesiges Set hin, also wirklich ein richtig großes Set. Was das genau wird und wofür dieses Set da ist, das werdet ihr noch früh genug erfahren. Wird auf jeden Fall extrem wild. Auf der anderen Seite... Das ist... Das ist... Das ist... Da sitzt niemand. Auf der anderen Seite, äh, will Tobi seine ganzen NFTs an die Wand nageln. Hahaha, das ist ja nichts, was digital ist. Den Druck hab ich gemacht. Auf der anderen Seite kommt auf jeden Fall, äh, kommt auf jeden Fall auch eine riesige Set-Geschichte hin. Aber auch da war das ab. Keep it cool. Was? Halt doch deine... Gehen wir mal ganz kurz durch. Also, wie gesagt, das hier wird alles auf jeden Fall dem, äh, Erdboden gleich gemacht, beziehungsweise eine Ebene gebracht. Hier vorne ist geplant, meine Freunde. Dieser ganze Bereich hier wird mit einem einzigartig tollen, einzigartig geilen Gym ausgestattet werden. Kannst du einen Liegestütz machen, damit man sich... Nee, wirklich nicht. Ehrlich nicht. Wieso? Das hier wird auf jeden Fall unser Gymbereich, der komplett geil wird. Hier kommen verschiedene Geräte hin und sowas, eine Handelbank und sowas, weil wir einfach gesagt haben, ey, wir wollen alles, was wir Lebensmittelpunkt quasi hierhin verlagern. Das heißt, meine Mitarbeiter dürfen nicht nach Hause. Die müssen hier wohnen und die werden tatsächlich niemals Feierabend haben, oder? Niemals Feierabend haben, oder? Hier vorne ist tatsächlich die alte EDV Station. Das hier wird auch alles noch weggemacht, diese ganze Podestgeschichte. Von wem ist dieser Hund? Diese ganze Podestgeschichte wird einmal nach hinten durchgezogen, damit wir das alles auf einer Ebene haben. Tobi, ich schwöre dir, ich schlag dir gleich ins Gesicht. Das ist, wie gesagt, alles hier noch to be continued. Ihr werdet eine Menge Vlogs hier sehen. Wir haben so viel Platz. Ihr seht, dieser Kran funktioniert. Es ist das geilste Spielzeug überhaupt. Das zieht mehrere Tonnen. Es ist einfach unendlich viel Platz. Gehen wir weiter, meine Freunde. Dieser ganze Bereich, der hier so ein bisschen geblurrt ist hinter mir, den könnt ihr bei Marius auschecken, denn was hier hinkommt, erklärt der euch. Aber wir gehen mal ganz kurz hier rüber. Yeah! Das war cool, oder? Hier vorne haben wir tatsächlich unsere Küche. Dieser ganze Bereich wird dem Erdboden komplett leicht gemacht, denn hier bauen wir tatsächlich einen riesigen Schleimpool rein. Nichts! Nein! Wir haben hier einen Gasherd. Wir haben hier einen Gasherd. Wir haben hier einen Gasherd. Wir haben einen... Wir haben einen Gasherd. Wir haben einen Wok. Wir haben einfach hier alles, was wir brauchen. Hier kommt noch ein zweiter Kühlschrank rein. Überlegungen stehen wie folgt an, dass man hier nur eine Kücheninsel reinsetzt, weil wir natürlich auch auf Kochstreams und sowas machen. Der hat, glaube ich, eine Maus drin gewohnt. Hier wird auf jeden Fall eine Kücheninsel... Wir müssen in zwei Stunden ausziehen. Hier kommt auf jeden Fall eine Kücheninsel hin, damit man so ein bisschen Kochstream und sowas machen kann. Oder ein Meetingraum. Oder, oder, oder. Also ihr seht, die Küche hier ist topnotch. Hier ist so viel Platz drin. Das ist einfach viel zu viel. Das sind zwei Backöfen. Wer braucht zwei Backöfen? Dampfgarer. Das ist ein Dampfgarer. Einer ist ein Dampfgarer und Backofen. Das ist alles nur ein Backofen. I don't know how. Hier rechts rausfilmen tun wir noch nicht. Da ist nämlich unser riesiger Außenbereich. Wir filmen nicht dahin! Unser riesiger Außenbereich. Da kommt eine Terrasse mit Whirlpoolen. Und allem drum und dran. In der nächsten Sommer wird auf jeden Fall... Jockgesell. Das ist eine schöne Küche. Ich will jetzt hier nicht jede Schublade zeigen. We go on! Falls ihr euch wundert, warum das hier steht. Das ist für die Party. Weil hier steht oder stand dann unser Buffet drauf. Damit hier niemand in die Küche kackt. Au! Von wem ist dieser... WEM ist dieser... Das ist auf jeden Fall, wie gesagt, unsere unüberwindbare Barriere auf der Party. Damit niemand ins Waschbecken scheißt. Nicht, dass wir Angst davor hätten. Wir haben Angst davor. Kommt kurz mit. Wir gehen einmal rüber. Denn hier vorne haben wir momentan tatsächlich unseren Prop Room. Eigentlich wäre dieser Raum hier tatsächlich ein Gast-Streaming-Setup geworden. Aber ihr seht, wir haben so viel Stuff. Lagermäßig, Equipment, Requisiten, Kostüme vor allen Dingen, ja. Die wir hier vernünftig ordnen möchten. Oh, also wir wollen... Also das soll... Mann, ich hab mich versprochen. Hi, meine Freunde! Wir möchten hier auf jeden Fall einen wunderbaren Prop Room auf. Hier kommt, wie gesagt, ein geiler Prop Room rein. Mit Kostümen und so weiter und so fort. Maybe auch noch irgendwas Gast-Streaming-Setup. Wir wissen noch nicht genau, was mit diesem Raum ist. Irgendwas machen wir damit in Absprache mit Marius natürlich. Ich würde sagen, wir gehen mal nach oben. Denn hier, meine Freunde, sieht man nicht nur einen extrem geilen Arsch. Nein! Sondern auch tatsächlich, haha, unsere Workspaces. Denn wir sind natürlich fleißig gewesen, ja. Und haben hier schon die ersten Sachen gemeinsam eingerichtet. Was in diesen zwei Räumen da hinten passiert, das werdet ihr bei Marius sehen. Nicht bei uns. Weil das ist nämlich bei Marius im Video. Wir gehen kurz einmal in mein Zimmer, meine Freunde. Tatsächlich ist das, äh, das ist nicht mein 200.000 Euro Gaming. Die Halle ist teurer als das Haus von Monte. Ich habe ihn gef... Meine 5 Millionen Euro Gaming Halle. Hier. So, kommt kurz rein. Also, das hier ist auf jeden Fall mein späteres Streaming-Zimmer. Ihr seht's, wir sind gerade dabei, noch alles hier aufzubauen. Die Wand hier wird noch geil beleuchtet. Hier kommt noch ein bisschen Akustik rein und so weiter und so fort, ja. Richtig geiles, by the way, dass ich tatsächlich, wenn ich einen evil streamen Ausraster habe, dann kann ich einfach durch die Scheibe schlagen und unten dann wirklich jemandem ins Gesicht. Das ist meine Vision von der Halle. Deshalb haben wir sie gemietet für drei Jahre. Was? Kannst du auch so machen, ohne durch die Scheibe zu boxen. Ja, aber dafür bin ich ja ins Jüngel gegangen. Ich bin jetzt zwei Monate ins Jüngel gegangen, damit ich durch die Scheibe boxen kann. Das habe ich euch auch erklärt. Das ist auf jeden Fall, wie gesagt, mein Streaming-slash-Gaming-Zimmer. Gaming-Kanal, gutes Thema in der Videobeschreibung. Check this out, weil da kommen nämlich jetzt nächste Woche Craft-Attack-Folgen, 3D-Sex-Villa-Folgen. Haben wir produziert, oder? 3D-Sex-Villa. Von wem ist... Das ist nicht Akani. Von wem ist dieser Hund? Das ist auf jeden Fall mein Zimmer. Soon to be. Wenn es alles ready ist, gibt es von jedem Zimmer nochmal eine vernünftige Ruhentour. Oh Baby, warum? Hey. Ach ja, und ich bin nicht mehr Single. Was? Ich bin immer noch Single. Kommt ruhig mit, ich zeige euch den Rest. Also, dann haben wir hier vorne, meine Freunde, weil wir ja natürlich mehrere Mitarbeiter sind und MitarbeiterInnen, haben wir hier den Raum von Tobi und dem anderen Mitarbeiter, der Rosa Westen trägt. Chillig. Ne, das hier ist auf jeden Fall das Organisation Office. Wir haben sehr viel intern umgestellt. Hier werden Drehs geplant, Buchhaltung gemacht, Abrechnungen. Aber bevor jetzt die Leute fragen, mein altes Team, mein Management ist natürlich noch da. Ich bin immer noch mit denen so. Aber die ganze Verwaltung, also eigentlich alles, was außerhalb des Kreativdepartments passiert, also Label, Sales, Management und so weiter und so fort, die bleiben im alten Office, weil die brauchten auch mehr Platz. Wir haben uns krank vergrößert in den letzten Jahren. Wir brauchten einfach Platz. Kannst du sagen, dass ich nicht der Cutter bin? Tobi ist tatsächlich mein neuer Headcutter. Der Cutter von mir zu sein ist ein guter Job, ja? Julius, Niklas? Ja! Wir können froh sein, dass ihr meine Cutter... Tobi ist der Cutter. Tobi... Was machst du dann? Das werden wir dann irgendwann erklären, genau. Also wie gesagt, das hier wird so ein bisschen Backoffice, Kreativplanung, Konzepte und so weiter und so fort. Perfekt. Gehen wir weiter. Hier oben dieser wunderschöne Flur wird natürlich noch mit tollen Gemälden ausgestattet. Falls ihr tatsächlich einen Wachsmalstift in euer Arschloch bekommt, kommt mal kurz mit rein. Hier haben wir nämlich den Raum von Julius und Niklas. Das hier ist so das ganze, das ganze technische Ding. Hier sind unsere Kamera-Equipments und so weiter und so fort. Wir haben sehr viel Equipment gekauft tatsächlich. Ihr seht hier schon Funkgeräte, die tatsächlich nur einen Zweck haben. Überwachung. Ich will alle meine Mitarbeiter überwachen. Wenn einer von denen weg ist, funke ich die nachts an und sage, von wem ist dieser Hund? Dafür sind die da und für nichts anderes. Das hier ist wie gesagt der Raum... Die Cutter. Die Cutter von Team Revinzer sind... Deshalb bist du nämlich nebenan im Raum. Nicht hier, ne? Weil du bist ja nicht... Ja, soviel zu diesem Zimmer. Edithas Cuttero. Vielleicht ganz vielleicht in Zukunft. Ist schon noch Platz. Kommt da noch und schreibt mich dazu. Ihr werden sehen. Personalmangel besteht immer akuterweise, je mehr man produziert. Links ist ein Zimmer, meine Freunde. Das hier. Sehen wir uns auch noch nicht ganz einig, was da reinkommt. Ist quasi der gleiche Raum wie der hier. Sehr schön. Wunderbar. Kommen wir später zu. Wir gehen nochmal runter. Ich zeige euch ganz kurz unsere Toilette, weil die ist wirklich extrem geil. Und vor allem das Schöne daran ist, es stinkt da absolut nicht nach Scham. Die beiden Räume sind auch geblönt, weil das alles Marius ist. Aber hier vorne, meine Freunde. Ja, hier haben wir natürlich das Wichtigste. Die heilige... Geht am Scheißen. Da ist wirklich jemand drauf. Ja. Dann ist dann halt hier das RMWC. Ja, wie halt ein Klo ist mit einer Dusche drin. Und hier rechts haben wir dann Niklas ganz kurz. Das hier ist auf jeden Fall dann die Damen-Toilette. Einfach nur schön. Einfach nur geil. Leute, ich würde sagen, das war's von diesem arschgeilen Video. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Und wir sehen uns dann morgen schon wieder zum ersten Vlog. Umzug. Seht ihr auch, warum ich meinen Finger kaputt habe und warum ich fast einen meiner Mitarbeiter erschlagen wollte. Anders wild, lasst einen Daumen nach oben da, wenn es euch gefallen hat. Und wir sehen uns dann morgen wieder. Vor allen Dingen auch intime Szenen aus der ersten Partynacht hier in der Halle. Das war's von diesem Video. Haut rein. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Ciao.